Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist es mal wieder Spoiler-Warnung. Und an Betracht dieses namensgebenden Content geht es heute um die Unsterblichkeit in The Walking Dead. Und da reden wir nicht nur von einem Beißer-Problem, sondern grundlegend davon, wie man es schaffen kann, Menschen unsterblich zu machen. Klingt erstmal so ein bisschen zu krass weit hergeholt, aber wenn wir uns ein bisschen inniger mit den verschiedenen Bestandteilen beschäftigen und den Zusammenhang erkennen zwischen den neuen Spin-Offs und dem, was gerade hier irgendwie bezweckt wird, dann wird es klar, dass es ein heeres Ziel gibt, ein gemeinsames Ziel gibt. Und das erklärt natürlich auch, warum sich bestimmte Fraktionen verhalten, wie sie sich nun mal verhalten. Wir dürfen nicht vergessen, The Walking Dead wurde zu einem Universe. Das heißt, so ein bisschen kann man das mit einer Art von MCU vergleichen oder auch mit dem, was DC mal versucht hat. Schlussendlich geht es darum, ein Universe zu etablieren, wo es hier und da mal so ein paar Cameos gibt und man Sachen halt auch vermischen kann. Diese Serien werden natürlich nicht nur individuell stehen, sondern sie laufen auf was hinaus. Das bedeutet, es wird so eine Art Avengers kommen und in dem Fall geht es halt darum, möglichst viele Fraktionen zu vereinen, aber auch eine gemeinsame Zielsetzung zu etablieren. Momentan haben wir ja nur verschiedene Charaktere an verschiedenen Standorten, die sich gerade so ein bisschen einfinden. Wir wissen zum Beispiel, bei der Daryl Dixon Serie wurde bereits eine dritte Staffel bestätigt und die zweite wird auch dieses Jahr wohl weitergehen. Bei Dead City lässt sich das leider noch nicht so genau sagen. Voraussichtlich wird es wahrscheinlich nächstes Jahr mit Dead City weitergehen. Wenn wir Glück haben, Ende dieses Jahres, aber früher kann ich mir das nicht vorstellen. Gerade wenn man bedenken muss, dass halt gerade verschiedene Sachen auch anlaufen. Das Ganze natürlich auch nicht simultan geschehen soll, aufgrund auch der Quoten. Ansonsten wird es aber in jedem Fall weitergehen. Und wie gesagt, es muss langsam ein gemeinsamer Nenner etabliert werden. Bereits in der ersten Staffel von The Walking Dead wurden diese intelligenteren Beißer angeteast. Es war nur so eine kleine Referenz nach dem Motto, wir hatten damals die Flüsterer und da hat man dann auch gemerkt, okay, irgendwas stimmt da nicht. Und da gab es die Spekulation, haben die sich jetzt wirklich entwickelt? Gab es wirklich so eine Art Zombie-Evolution oder auch Beißer-Evolution? Und da hat sich herausgestellt, dass es halt einfach nur sehr intelligente Menschen waren, die es geschafft haben, sich innerhalb der Beißer zu bewegen und eine unglaublich brutale Fraktion zu etablieren. Aber in dem Fall gab es dann eine neue Referenz, wo man auch kurzzeitig wieder dachte, okay, die Flüsterer kommen zurück und dann waren es halt doch evolutionär bedingt intelligentere Beißer. Das Ganze wurde teilweise aufgegriffen und teilweise auch ein bisschen weggelassen. Zum Beispiel in der Daryl Dixon Serie gibt es auch so etwas, was aber eine ganz andere Zusammenhänge hat. Wir wissen zum Beispiel, die Revolution oder Evolution hat wohl eher gerade in der USA stattgefunden und zumindest aber in Frankreich versucht man gerade Beißer irgendwie zu dopen. Man hat ja auch gemerkt, es gibt auch in der Wissenschaft einige Fortschritte. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, da was irgendwie rauszufinden. Und hier müssen wir uns eine interessante Frage stellen. Was will man bezwecken? Wir sind sowieso weit genug weg von den Comics, um zu sagen, dass es hier völlig neue Richtungen gibt und ein völlig anderes Ziel eingeschlagen wird. Bedeutet, anders als zum Beispiel in den Comics, wo die Beißer halt systematisch abbauen und sich eher ein bisschen zurückentwickeln und später halt nicht mehr wirklich ein großes Problem sind, das Ganze halt auch im Combo sein Ende nimmt, ist es hier was komplett Neues. Dieser evolutionäre Punkt bei den Beißern wird auf jeden Fall wieder aufgegriffen werden, in welcher Form ist natürlich auch sehr interessant. Nebenbei versucht man gerade mit diversen Methodiken irgendwas zu gewinnen, irgendwas rauszufinden. Es geht nicht mehr unbedingt um ein Heilmittel, sondern eher darum rauszufinden, wie man sozusagen diese Unsterblichkeit gewinnen kann. Es stimmt ja wirklich, bis zu einem gewissen Grad scheint es ja zumindest in der Serie so zu sein. Sie müssen sich zwar irgendwie ernähren, aber sie scheint tatsächlich nicht auf reguläre Art zu fallen oder zu sterben. Es gab einen Abbau, es gab dann den Winter zum Beispiel, der sich verlangsamte, aber sie kommen halt auch immer wieder zurück und können sich halt auch irgendwie jeglichen Gefahren aussetzen. Und man hat ja auch bei The World Beyond gemerkt, dass es da wohl auch in so eine Richtung geht, wo man versucht, die Forschung so weit voranzutreiben, dass man das Ganze gewinnbringend nutzen kann. Wir müssen uns die Frage stellen, warum ist CRM gerade dabei, systematisch Leute umzubringen. Wir haben es jetzt in der zweiten Folge von The World to Lift nochmal gesehen. Sie nutzen sogar Chlorgas, um einfach nur Menschen zu töten. Das Ganze kann keinerlei Nutzen haben. Schlussendlich sorgt man nur dafür, dass Menschen auf die Art sterben, dass sie sich auch auf jeden Fall zu Beißern entwickeln. Ich meine, man könnte eine komplette Sprengung vornehmen oder es mit weißem Phosphor oder Napalm zum Beispiel niederbrennen. Stattdessen entscheidet man sich dafür, Chlor einzusetzen, was dann wirklich nur dazu führt, dass die Menschen sterben und zu Beißern werden. Und hier müssen wir uns auch die Frage stellen, warum ist das Ganze so? Anders als in den Comics zum Beispiel, wo diese Fraktionen zusammengehören und einen Commonwealth bilden, wissen wir hier, dass sie sozusagen individuelle Fraktionen bilden. Und zumindest CRM ist ja in der Lage, eigentlich alles überwachen. Schlussendlich wissen sie wahrscheinlich eh schon vom Commonwealth. Es gab ja auch mal eine Zusammenarbeit, die zumindest auch in der Serie angeteast worden ist. Bedeutet, in dem Fall muss man diesen Zusammenhang dann auch wieder nochmal ein bisschen klarer machen. Schlussendlich haben wir zum Beispiel auch Chades in der Serie bekommen. Heißt, da gibt es dann auch wieder den nötigen Zusammenhang. Der World Beyond ist gescheitert, aber zumindest die Idee dessen und zumindest der wissenschaftliche Fortschritt wird hier auf jeden Fall gewinnbringend genutzt werden müssen. Und schlussendlich muss es ja den Gesamtzusammenhang geben. Und das passt halt auch zusammen. Während man auf der französischen Seite gerade versucht, die Beißermittels Doping intelligenter zu machen, zumindest auf die physische Art auch zu stärken, gibt es ja eben auch den Gegenpol sozusagen, dass die sich vermeintlich revolutioniert haben. Und diese Evolution fand ja eigentlich auch vermeintlich so einfach im Laufe der Zeit statt. Was aber, wenn das nicht zufällig war? Ich meine, da müsste man wirklich jetzt sagen, jetzt wo man zum Beispiel auch eine gewisse Weltanschauung hat, dass es zufälligerweise nur in der USA stattgefunden hat und die halt einfach in dem dicksten Spin-Off nicht aufgegriffen werden können. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei der CD gesehen, was passieren kann, wenn es zu viel Methan gibt zum Beispiel, dass sie sich dann in so komische Resident Evil-mäßige Zombie-Monster verwandeln. Aber zufälligerweise an gewissen Standorten haben die sich vermeintlich evolutionär entwickelt. Was, wenn jemand einfach mitgeholfen hat? Ich meine, bei Beyond haben wir diese Art von Forschung gesehen. Es geht tatsächlich darum, rauszufinden, wie man diese Resistenz entwickeln kann, wie dieser Virus funktioniert. Und hier geht es nicht darum, einen Impfstoff oder einen Heilmittel zu finden, sondern die Forschung weit genug voranzutreiben. Und man muss sich halt auch fragen, warum setzt CRM so viel auf Sicherheit? Und was wollen sie eigentlich schützen? Und warum bringen sie systematisch Menschen um? Ich meine, Wick hat es nochmal beschrieben. Die roten Leute scheinen wohl einfach loszugehen und kommen blutüberströmend zurück und keiner weiß genau, was sie getan haben. Hier geht es halt einfach wirklich nur um eine Art von Massenmord. Sie haben Chlorgas verbreitet, aber was, wenn da zum Beispiel noch andere Stoffe enthalten waren, die dafür sorgen, dass eben genau diese Revolution stattfindet. Das heißt, möglichst viele intelligente Beißer zu schaffen, um halt eben dann zu gucken, inwieweit die sich auch auf natürliche Art entwickeln können. Das nicht mal mehr unter Laborbedingungen, sondern halt einfach nur alle möglichen Ressourcen zu nutzen. Und in dem Fall ist dieselbe Betrachtung wie bei Negan auch angebracht, nämlich Menschen sind eine Ressource, für sie aber eine wissenschaftlich nutzbare Ressource, um irgendwie voranzutreiben, dass sich die Beißer weit genug entwickeln können, um vielleicht sogar zu gucken, dass sie sich normalisieren. Bedeutet, man versucht gerade rauszufinden, wie Menschen über den Tod hinaus überleben können. Das Ganze betrifft ja die Beißer. Mit eingeschränkten Gehirnfunktionen ja, aber zumindest auch in der Hauptserie hat mir mal dieses Labor gesehen, wo man genau aufgezeigt hat, welche Fraktionen, also eigentlich nur im Prinzip die animalischen Triebe, im Gehirn noch funktionabel sind. Und wenn man das Ganze halt umändern kann, sozusagen sich dem Virus aussetzt, aber die Gehirnfunktionen noch enthalten bleiben, könnte das bedeuten, dass man eine Art von Unsterblichkeit schaffen kann. Und das Ganze ist für mich der Gesamtzusammenhang. Das Ganze ist für mich die einzige Methode, die zu erklären, wie man es weiterführen könnte, ohne es immer wieder auf die Zombies dann zurückzuführen. Und schlussendlich wäre es dann einfach nur ein grundlegendes Beißer-Problem und die Serie würde damit zu Ende gehen. Der Gesamtzusammenhang würde sich nur damit erschließen, dass man dann zum Beispiel gemeinsam gegen die Fraktion sozusagen CRM vorgeht. Das ist alles zu dürftig. Das ist The Walking Dead zu groß geworden. Und dazu wurden zu viele neue Sachen etabliert. Und dazu haben sie zu viel versucht, sich auch mit Wissenschaft voranzutreiben. Bei The World Beyond hat es gut angefangen. Jetzt sehen wir nochmal die verschiedenen Doping-Projekte. Wir sehen, dass Methan vorkommt sozusagen in Dead City. Und jetzt hier auch noch die evolutionären Beißer. Dazu kommt eben eine Fraktion, die sich nur militärisch versucht, so weit aufzurüsten und systematisch vermeintlich einfach nur Morde begeht. Da muss was dahinter stecken. Da muss ein gewisser Zusammenhang entstehen. Und das Ganze führe ich halt, wie gesagt, darauf zurück. Das würde halt auch erklären, warum man dann verschiedene Parteien zusammenfinden muss und warum das halt auch im Prinzip ein globales Problem ist und nicht immer nur ein nationales oder internationales Problem. Aber was denkt ihr, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Es kommen noch einige Theorien zu The Walking Dead. Schreibt doch in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ihr bis hierhin zugeschaut haben solltet, was mich sehr, sehr freuen würde, gerne mal den Hashtag Dad. Seht ihr in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Habt einen schönen Tag und macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.